Die hier zur Miete angebotene ca. 346 Quadratmeter große Bürofläche befindet sich in Heidelberg. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 1985 erbaut. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 7,14 Euro pro Quadratmeter. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. So Miete des Objekts 2, 2, 3, 5 oder 10 Uhr. So Miete auf die Miete. So Miete 7, beginnst mit der Kasse. So Miete 15 Uhr. So Miete 22,000 Info in Heidelberg.